Sie sind hier, 21. August 2018, 13.44 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, zwei Minuten vergrößern, verkleinern die Chinesin Li Uxian beim Starte zu ihrem Weltrekordrennen Urheberrecht Getty Images München Li Uxian entteilt der Konkurrenz über 50 Meter Rücken bei den Asienspielen in Jakarta und unterbietet als erste Frau die Marke von 27 Sekunden Die chinesische Schwimmerin Li Uxian, 21, hat bei den Asienspielen in Jakarta, Indonesien den Weltrekord über 50 Meter Rücken gebrochen Die frühere WM-Dritte holte in 26,98 Sekunden Gold und blieb als erste Athletin der Geschichte auf dieser Strecke unter 27 Sekunden Die bisherige Bestmarke, 27,06, hatte Lius Lanz, Frau Zhaao Jing, bei den Weltmeisterschaften 2009 in Rom aufgestellt Zuvor hielten den Rekord und anderem Sandra Völker, Janine Pitsch und die im Mai verstorbene Daniela Samulschi von Sportinformationsdienst